Fragebuch 2.11.2015 Nachmittags Ich wollte euch Teilnahmen da dran, dass ich nicht so schulde Auto BMW Z3 aus Deutschland für meinen Chef nach Bedemark überführen darf heute hier zwar lieben mit dem Sitzmann da blöd drin für unser Alter ist zum Schluss mit dem Dackelwind immer wird nass aber es wird super schön Hamburg bei Nacht und Nebel hier hier mit dem Dackelwind Eulenboot, AXA 471, Scholte von Gleis 14 und IC 22, 28 nach Hamburg-Alternacht, Übers-Bremsen-Hauptbahnhof, AXA 6.26 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 3. Eulenboot, AXA 6.26 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 3. Eulenboot, AXA 6.26 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 3. Eulenboot, AXA 6.26 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 3. Eulenboot, AXA 6.26 Uhr, heute ca. 35 Minuten später von Gleis 3.